Speistige Reiste reisen selten bis Elba, dann achtet euch halt selber. Hallo mein Name, ich habe euch ja gestern gezeigt, hier PV Speicher schlapp, 25 Dislikes und jetzt guckt ihr mal, sind wir auf 15 runter? Ich hatte 1700 Aufrufe und dann habe ich auf das Video reagiert Leute, 100% positiv, 100 Aufrufe, also das Video wird nicht mehr geteilt, das seht nur ihr, meine Zuschauer, die sehen das nicht, seht ihr das? Das ist hier der Shadowban von YouTube, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich habe langsam keinen Bock mehr darauf, Jungs hier, als geschätzter Creator, weißt du, laden wir dich ein, ja Leute, was ist denn hier los? Das ist genau derselbe Titel, guckt mal, PV soll das ähnliches? Nee, ist nicht mit drin, so, jetzt passt auf, hier geht es dann darum, dass ich euch zeige hier den Remf, die Auswertung und blablabla und du kriegst nur Dislikes hier, gut, 9 Likes, vielen Dank dafür, das sind meine Abonnenten und das wird hier geteilt und jetzt habe ich ein Shadowban und jetzt passt mal auf, was mir der Atze hier geschickt hat Stroh, ja, selber machen, Strom sparen, refreshen, was der? Re, E, F, M Junge, Re, E, M, F, WTF? So, was öff? Re, E, M, F Re, E, M, F, A, S, R, M, F, A, S, D, Und, 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 der hat 237 Likes, 53 mal geteilt, 39 Kommentare, das ist, äh, Tick, doch, so, Tja, also ich bin ehrlich, theoretisch bleibt mir nichts anderes mehr als auf TikTok zu gehen. Weil wenn hier mein Zeug nicht mehr geteilt wird und ihr seht das immer nur wieder, naja ihr habt es ja nur schon hundertmal gehört mit dem Remef. Ach, keine Ahnung. Weißt du, guckt euch den mal an und warte. Das ist zufällig dasselbe Gehäuse. What the fuck, Jungs. Guckt euch das mal. Das ist der, den ich von Achim gekriegt habe. Ich weiß nicht, ob der Typ hier, ob der auch jeden von Achim gekriegt hat. Ah, keine Ahnung, Jungs. Ich glaube, YouTube ist vorbei. Das hat das Fernsehen übernommen. Ja, ich glaube, das macht nicht mehr viel Sinn. Ihr habt es ja hier gesehen. Ich habe es mit den Shorts nochmal probiert. Ich denke mal, dass... Es ist ja auch erstaunlich, wo sind die zehn Dislikes hin. Wer hat die jetzt weggemacht? What the fuck, Alter, wisst ihr? Jetzt wird das wahrscheinlich hier, dreht sich wieder, dass es dann positiv wird. Und dann sagen sie alle, ach Action, was laberst du denn? Du hast doch ein positives Ding hier und du wirst doch gar nicht gejadowbanked und so. Das ist doch... Das kannst du mir doch nicht mal erzählen. Da tut er sich ein Short angucken und du den nächsten Tag sein Dislike wegnehmen. Habt ihr das schon mal gemacht? Also ich glaube ich eben mal in meinem Leben. So. Und hier Shadowban. Ja, keine Ahnung, ey. Vielen Dank.